Hallo Freunde, willkommen zu Let's Play The Last of Us Zum neunten Part Ja, wir sind jetzt hier endlich am Rathaus angekommen Im letzten Part waren wir ja im Museum Wo wir auch von ein paar Klickern überrascht worden sind Weil ich wieder einen Fehler gemacht habe Ja, ich weiß Und jetzt sind wir endlich am Rathaus angekommen Und dann gucken wir mal, was jetzt so auf uns zukommt Ja Bin ich jetzt mal gespannt Oh Gott Und was machen wir jetzt? Was machst du da, Tess? Oh Gott, vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel Wie weit soll das hier noch gehen? So weit wie es eben gehen muss! Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht, sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen Was machen wir hier? Das geht uns nichts an! Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das! Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel Und zwar schon echt lange Zeit! Nein, wir sind Überlebende! Das ist die Chance! Es ist vorbei, Tess! Wir haben es versucht Gehen wir nach Hause Ich werde... Ich gehe nirgendwohin Hier ist Endstation Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein Was erzählst du da? Fass mich nicht an! Oh nein, scheiße! Sie ist infiziert Joel Lass mal sehen Ich wollte nicht... Zeig es mir! Oh Gott! Ups, was? Zeig mir deinen Arm Das ist drei Wochen alt! Mein Biss ist eine Stunde alt und ist schon schlimmer! Das hier ist real, Joel! Du musst die Kleine zu Tommy bringen Er kannte diese Leute Er kennt bestimmt, ob ihr Verständnis... Oh nein, 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 nein! Du wolltest das hier! Ich mach das nicht mit! Doch, machst du! Hey, ich weiß Ich bedeute dir genug Dass du mir diesen letzten Wunsch Nicht abschlagen kannst Also bring sie zu Tommy! Shit! Sie sind hier! Ich verschaffe euch Zeit Aber ihr müsst hier weg! Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja! Das werde ich auf keinen Fall... Ich verwandle mich nicht in so ein Ding! Na los Mach's mir nicht so schwer Oh, ich kann kämpfen Nein! Geh einfach! Geh doch endlich! Ellie Tut mir leid, ich... Ich wollte das nicht Los, beweg dich! Wir bitten, dass ihr da drin seid! Waffen weg und kommt mit erhobenen Händen raus! Oh, verdammt! Wie konnten wir das nur tun? Stopp! Ohne uns stirbt sie da! Stopp! Du bleibst nicht bei mir, wir bümsen weg! Oh Mann! Na super! Jetzt mussten wir auch noch die Tess hier alleine lassen Jetzt lauf einfach weiter! Äh, wo laufe ich jetzt? Laufen wir jetzt überhaupt lang? Scheiße! Du, brech die Tür aus! Du komm mit! Ja, Herr! Verdammt! Sie werden bald hier sein! Oh Gott, wir müssen jetzt hier weg! Aufspringen wir! Oh, ich glaube, ihn hat's wohl auch richtig erwischt Was hat denn hier Schönes für uns? Oh, ein Jagdgewehr Damit können wir ja was anfangen Verdammt, da kommen auch schon die Ersten Eklisch Wie hier das Blut an den Wänden hängt Verdammt Munition hat er auch nicht Oh, das war knapp Hm Da hinten gammelt auch noch einer rum Oh, der sieht ein bisschen gefährlicher aus als der andere Bleib bei mir! Na los! Okay, jetzt müssen wir hier weiter Ich habe das Gefühl, wir müssen hier irgendwie alle umlegen hier Aber ich habe schon gedacht, die kommen hierher Da sind so die zwei Säcke So, wieder einer weniger Und wir haben sogar Munition gespart Ich glaube, es wird einige Zuschauer Ich glaube, es wird einige Zuschauer Ein paar Zuschauer Werden sich darüber freuen, was ich jetzt gerade mache Mehr oder weniger Hier ist da noch irgend so eine Drecksau Oder ist es die Ellie? Hä? Was? Verdammter Mist Alter Alter Kacke Ey du Penner Ich schau dir auf die Klappe Ich schau dir auf die Klappe Ich schau dir auf die Klappe Oh, Alter Wo so ein Krett können wir auch noch mitnehmen Jetzt können wir den irgendwie in die Ohren hauen So Okay Wir müssen durch den Gang Hey komm, ich weiß nicht wie viele es sind So Oh Gerade da, wo der rausgegangen ist Sind da am meisten viele Sind da am meisten viele Die brauchen hier wahrscheinlich wieder 100 Jahre, bis sie kommen Ach So ein Mist Gerichten Norden sicher, kein Ziel Du verdammt A du Kiko Komm nur her Ach man, wieso kommen jetzt diese ganzen Picos hierher Seid ihr kommt her, ihr Dreckschweine Ah fuck Hey, ihr Picos Ey, scheiße man Ey, das gibt's doch nicht Ey, was für Penner, was für Schweine Ja, schön will ich Das gibt's doch nicht Ich weiß nicht, wie viele es sind Ich weiß nicht, wie viele es sind So ... ... ... ... ... ... ... ... Deine Munition ist leer! Zack Komm nachher Oh du Pico, geh mir nicht auf die Sack Du Nerfsmash Ey du Pico, hör auf! Geht mir alle auf den Sack Ja, renn weg du Pisser So, der wird jetzt auch im Arsch Was? Ey du Pico, ich hab gedacht du wärst tot So, ver weg Ja, Munition Geht mir alle auf den Sack Suchen wir hier drüben? Ach du Scheiße! Scheiße! Oh, fucking Shit! Oh, du Penner ey Schnell weg hier, du Pisser Oh, das gibt's doch nicht, man Ich wollte... Ich wollte's eleganter machen Äh... Deckung, ich weiß nicht wie viele es sind Sooo, jetzt machen wir das mal nach Geschicht Oh, Geh, du stehst mit um Weg Ja, eine Waffe! Ach nee, was du denn sagst? Hm... Die können nur herkommen, wenn ihr wollt Was sind denn die jetzt? Ich fackel euch ab Was ist denn das? Ein bisschen Dramatik muss schon sein Und here... Es gibt's doch nicht, wieviel hält der aus, ey Jetzt rennt er weg, äh Jetzt rennt er weg Das gibt's doch gar nicht Ah, ist ja da hinten der Typie Auch interessant Den Kralleschmerz Der Kralleschmerz So, jetzt hätten wir auch schon mal einen weniger Da vorne machen immer noch zwei rum Die verrühre ich jetzt ab So, und den Knöpfe ich mir jetzt noch Persönlich war Ach komm Cool, wir haben's geschafft LOL, der wird immer noch markiert Eiskalt Eiskalt Das gibt's doch nicht Guck mal, was ein Dreck soll Das gab's auch noch nie So, jetzt tot, ja Gut Dann würde ich sagen Beenden jetzt meinen Part Ja an dieser Stelle Auch wenn es jetzt ein bisschen Chaotisch war dieser Part So wie eigentlich immer meine Parts sind Naja gut Dann sag ich Sehen wir uns beim nächsten Mal Tschüss Freunde Und